Die Kamera ist ein Stück Kack geschnitten, oder? Und das dann einfach, dass sie nicht runterfallen. Kannst du da auch noch mal hochschauen? Da ist jetzt schon eine Hälfte da. Ja. Dann schaue ich das jetzt einfach an. Was ist das denn? Keine Ahnung. Ich schaue heute gesagt. Na gut. Ja gut. Die läuft. Läuft die schon. Ja. Hehehe. Oh, das hält dich auch nicht. Failed. Hättest du nicht. Na ja. Mal schauen. Genug Wind. Warte noch schnell. Basta. Warte noch. Warte nochs. Das Läuft. Na ja. Da kommt der Hände nicht. Ich würde sagen, smooth landing. Mit der Weisgale verloren. Trash. Trash move. Ich würde mich nicht verloren. So, dann kommen wir weiter.